Schöne nächste. Also ich glaube, dann wird diese unlösbar sein. Aber wir müssen uns ja jetzt mal überlegen, wenn jetzt ständig hier einer angeschissen kommt. Boah, den Scheiß weg hier, so. Also ihr seht ja jetzt hier die angedeuteten Kisten. Ich denke mal... Die Aufgabe wird jetzt wohl darin bestehen, das dürfte was längerfristiges sein, diese Kisten dahin zu platzieren. Das, denke ich mal, ist der Job hier. Hier muss irgendein Großer in der Nähe sein. Das, denke ich. Also Hilfe ist gut. Also ich mache hier alles alleine. Irgendwie habe ich das Spiel sowieso den Eindruck, dass wir hier alles machen. Die anderen liegen, sitzen alle nur vor der Gegend rum. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. I should have blown your bloody head off. I'm trying to run a business here. If I had anything? I should have done it. I should have done it. I should have done it. It's a jumbo jet, not a needle in a haystack. It's done? Excellent. Look, you're more than welcome to stay here and wait for help with us if you want. I should have done it. And here's your reward. I should have done it. 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 I should have done it when they are spinning. Wie? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR 1, 2, 3, 4 Wollen wir mal das Hotel betreten, nicht? So, im Hotel haben wir ja angefangen, da spielte auch das Intro. So, jetzt sind wir im Hotel. So, jetzt hoffe ich, dass es etwas sinnvoll ist.